Ich sitze jetzt hier in einem Ford Transit ab 2013 und so schaut das originale Radio aus und es hat überhaupt nichts, noch nicht mal Leistung, damit es gut klingen kann und wir haben jetzt sowas hier integriert, da kann ich mein Handy spiegeln mit Apple CarPlay oder Android Auto, je nachdem was ihr für ein Device habt und jetzt haben wir hier alles integriert, es schaut hammergeil aus, aber der Umbau hat es in sich, aber wer es nachmachen will, hier jetzt die Videoanleitung dazu. Da wir uns jetzt um den Ford Transit kümmern ab 2013 oder Tourneo, das ist alles sehr ähnlich, haben wir jetzt mindestens mal zwei Videos, einmal bauen wir jetzt zusammen unser komplett neues Autoradio ein mit Doppel-DIN Format und wir werden noch ein weiteres Video über den Einbau der Lautsprecher und Türdämmung für vorne oder auch für hinten kümmern, aber in diesem Video jetzt erstmal Autoradio. In unserem Fall bauen wir das Doppel-DIN Display Radio rein von Alpine, den ILX W690D, der hat im Prinzip alles aktuelle an digitalen Medien drin, das heißt wir haben Apple CarPlay dann drin, wir haben Android Auto, wir haben DAB Plus für digitales Radio hören, natürlich auch Bluetooth Audio, alles was es sonst so kennt, bis auf CD ist eigentlich so ziemlich alles drin, aber wer braucht heute noch CD. Wir haben eine super Radioblende, die sich optimal an das Cockpit anschmiegt, um jetzt unser Doppel-DIN Gerät richtig einzubauen, damit es toll ausschaut danach. Wir haben einen entsprechenden CAN-Bus Adapter, damit wir das elektrisch gut anbinden können und wir werden uns natürlich um die Antennen Anbindung für den DAB Empfang kümmern und wir haben ein bisschen Equipment mit dabei für unser also unser Mikrofon für die Bluetooth Freisprecheranlage, natürlich das Anschlusskabel und ein USB Kabel zum verlängern und das bauen wir jetzt alles in den Transit ein. Als erstes müssen wir jetzt mal schauen, dass wir hier vorne die entsprechenden Kunststoffteile weg machen, damit wir unsere neuen Kunststoffteile wieder vernünftig installieren können, natürlich auch an die Elektronik dran kommen. Da gibt es dieses Remover Tool, ich spreche sehr oft davon, es gibt es natürlich auch einzeln als Set zu kaufen, da braucht man kein ganzes Einbauset nehmen, sondern die Remover einzeln. Wer das noch nicht hat, wir haben natürlich auch ein Kit für entsprechende Torx Schraubendreher, die kann man mitnehmen, übrigens die Sachen sind in unserem Set für die Lautsprecher bereits integriert, aber das ist nur soweit zur Info, wir können jetzt hier an der Seite überall mal rein fahren und diesen Deckel hier entsprechend rausklippen. Hier oben sind zwei Torx Schrauben, die wir öffnen und rausdrehen und jetzt können wir wieder mit unserem Remover ringsherum schön hier an der Seite rein fahren und ringsherum alle Clips lösen. So einmal ringsherum alle Clips gelöst und jetzt können wir die ganze Einheit rausziehen samt den Lüftungsschächten, das wir jetzt umbauen müssen und hier drin verbirgt sich natürlich auch unser Autoradio. Die Stecker können wir soweit alle mal lösen, wo hier hinten drin sind, auch vom Autoradio easy ab zum stecken, bleibt noch der Antennenstecker, da fahren wir auch mit dem Revovertool an der Seite rein und klicken den hier raus und damit haben wir die ganze Blende samt dem Autoradio schon in der Hand. Zugegebenermaßen, es gibt leichtere Fahrzeuge als den Ford Transit ein Autoradio zu wechseln. Hier haben wir jetzt eine relativ große Blende drin, die wir auch unten drunter ein bisschen vorbereiten müssen, damit unser Doppel-Din Autoradio hier überhaupt rein passt, weil wir müssen das genau hier integrieren. Dazu liegen diese Blechkonstruktionen hier mit dabei, die wir jetzt gleich hier mit rein machen, damit das Radio hier rechts und links fest geschraubt werden kann und damit das Radio hier überhaupt reinpasst, muss dieses Kunststoffteil tatsächlich raus geschnitten werden und das machen wir jetzt mit einem Teppichmesser. Diesen kleinen Antennenblock, den machen wir hier weg, das können wir eigentlich ganz raus nehmen. das Material ist tatsächlich relativ weich und lässt sich halbwegs leicht bearbeiten. Das muss weg, das können wir ganz raus nehmen. So, genau, und jetzt haben wir da hinten eine Sollbruchstelle, die sie sich wegnehmen kann. Das da schneiden wir noch gerade. Das können wir richtig schön nach hinten wegschneiden. Das war jetzt schon ein bisschen sportlich, also hier passt auf eure Hände und aufs Messer, damit es nur da ist, wo es hingehört. Das Kunststoff an sich ist tatsächlich relativ weich, es lässt sich gut schneiden und das muss weg gemacht werden, damit wir unseren Monitor tatsächlich auch hier so rein bekommen, dass der jetzt nachher seinen Platz hier findet, ansonsten würde es nicht funktionieren. Also, das Zeug ist weg und für alle die jetzt hier oben auch noch einen Monitor drin haben und nicht exakt die Variante haben, wie wir sie jetzt in dem Auto haben. Da gibt es auch eine Lösung, die ist verdammt ähnlich, aber es ist eine andere Blende und anderes Anschlussmaterial. Wer da Interesse hat und sich nicht ganz sicher ist, der kann natürlich bei uns anrufen im Support unter der 08 331 99 0300 oder ihr schreibt uns eine E-Mail an info at aas24.com. Bevor wir jetzt anfangen alles einzubauen, gehen wir chronologisch weiter, weil wir müssen ein USB Kabel entsprechend vorbereiten und das Freisprechmikrofon für die Bluetooth Anlage müssen wir hier oben auch noch integrieren. Das heißt, wir machen am besten hier die Einlage gleich weg und machen die A-Säulenverkleidung weg, damit wir die Kabel hier sauber durchziehen können und dann können wir uns auch um den Einbau aller Komponenten kümmern und da vorne sind zwei Torx drin, die müssen wir aufmachen und der Rest ist nur geklippt. Die A-Säule hat hier unten einen Clip, da einen Clip und oben einen mit einem kleinen Widerhaken, das heißt, wir können jetzt hier anfangen den von oben zu entriegeln, jetzt sind schon alle drei Riegel raus, aber der obere, den müssen wir nochmal in die andere Richtung klippen und aus der Verriegelung rausziehen. Ich zeige euch das gleich nochmal. So, genau, und jetzt können wir den komplett rausziehen, den Hochtöner, den alten abstecken und dann haben wir die ganze A-Säule schon in der Hand. Leute, das ist der kleine Widersacher hier, dieser Haken, der kann bloß rausgemacht werden in dem Moment, wo man das praktisch so rausdreht und diesen Haken mit aus dem Loch rausnimmt. Vielleicht verbiegt er sich beim einen oder anderen, den kann man auf jeden Fall wieder gerade machen und selbst wenn der nicht passt, die Verriegelung für die A-Säulenverkleidung, das ist die hier unten, also die ist eh egal, die rühren wir gar nicht an und da oben ist der kleine Widersacher. Wer sagt, die A-Säule will ich erst gar nicht raus machen, es geht ja nur um das Mikrofon, das wir hier oben platzieren möchten, wir können das natürlich auch in dem Fahrzeug überall woanders hin machen, wo es Sinn gibt und es wäre zum Beispiel auch hier in der Verkleidung hier drin, da kann man hinten dran ein kleines Loch rein machen und das Kabel nach unten durchziehen, das Mikrofon hier fest machen und dann wäre das hier drin auch recht entspannt zum Einbauen. Fangen wir mit dem Mikro an, das können wir hier oben in den Himmel mit einhängen und hier mittig rein machen, so dass ich als Fahrer oder Beifahrer optimal sprechen kann und jetzt können wir das Kabel hier oben in den Himmel mit reinlegen. Solche liegenden Kabel, die können wir wunderbar mit Bitumenband fixieren, das gibt es ja bei uns auch, könnt ihr einen Meter mit dazu kaufen, das legen wir hier oben rein und verquetschen alles mit dem Stück Kabel das wir haben und dann verpackt sich das da oben drin, er fällt auch nicht automatisch einfach raus, sondern bleibt halt da wo es ist. An der A-Säule können wir das Kabel hier mit den anderen Kabel nach unten legen, ihr könnt die Reihen theoretisch auch ein bisschen hier drum rum machen, dann fällt es nirgendwo hin das Kabel. und dann sind wir ja auch schon hier unten, wo wir hin wollen, um Richtung Radioschacht zu gehen. Mit unserem gelben Durchzugsband können wir jetzt hier unten rein fahren und das hier drüben abnehmen und nach oben durchziehen, weil jetzt können wir unser Mikrofonkabel einfach dranhängen mit einem Klebeband und wieder unten durchziehen. Vielleicht schafft es jemand mit den Fingern, ich finde es so wesentlich einfacher. Und jetzt alles wieder rückwärts. Voilà, das war es, jetzt haben wir das Mikrofonkabel schon hier und dann können wir ja gleich weiter gehen in den Radioschacht rein. Hier sind wir, also haben wir das Mikrofonkabel schon mal da, weil das können wir hier unten mit einem Kabelbinder oder mit einem Isolierband an dem Kabel fixieren und jetzt machen wir noch das USB Kabel rein. Den Schaleneinsatz, den wir vorhin schon raus gemacht haben, der hat hier hinten tatsächlich schon eine Vorbereitung für den USB Anschluss und wir können jetzt unser USB Kabel von hier hinten mit rein machen, richtig fest rein stecken und von hinten vielleicht noch mit einem Patex oder wie auch immer fixieren, damit der da drin bleibt, wobei der so an sich schon sehr gut haftet da drin. Den Zigarettenanzündestecker können wir alles wieder mit anstecken hier und wieder hier rein und das Kabel natürlich auch wieder bis in den Radioschacht ziehen und das ist so starr, das Kabel, das können wir direkt sogar so nehmen und hier rüber ziehen. Zwei Schrauben wieder rein, da haben wir das Thema schon erledigt. Das Mikrofonkabel und das USB Kabel, das legen wir bitte hier über den Lüftungsschacht drüber, weil da haben wir auch genügend Platz und stören uns nachher nicht mit der Ankopplung von unserem Lüftungsschacht. Kümmern wir uns um die seitlichen Blechhalter, der wird hier an der Seite mit drauf gemacht, von oben einmal geschraubt und hier hinten brauchen wir noch eine Führung und die Führung können wir jetzt von hier an der Seite mit den beiliegenden Schrauben fixieren. Mit einer Zange können wir den Zylinder festhalten und richtig schön verschrauben. So, das machen wir mit beiden Teilen, jetzt können wir die Führung hier in diesen Keil mit rein machen und das ganze von oben verschrauben. Auch die Schrauben liegen im Lieferumfang von der Blende bei. Kommen wir zum elektrischen Anschluss des Autoradios, dieser Anschlussstecker liegt dem Autoradio direkt bei, der wird im Autoradio angesteckt und der wird dann fast direkt am Auto angesteckt. Dazu gibt es ja jetzt unseren CAN-Bus Anschlussadapter, der kümmert sich um den Anschluss direkt im Fahrzeug und mit unserem CAN-Bus Modul, den steckt man an und der liest jetzt quasi die Daten aus vom Fahrzeug wie Lenkradfernbedienung, Zündung an, aus und so weiter, braucht ihr eigentlich euch gar nicht drum kümmern. Ihr steckt den zwischen rein und den habe ich auch schon vorbereitet. Der wird nämlich hier am Autoradio noch angesteckt für die Lenkradfernbedienung, das liegt ebenfalls bei dem CAN-Bus dabei. Und diesen Stecker habe ich schon vorbereitet für Alpine, das sind nämlich diese zwei Kabelschleifen drin. Die orangene, die wird praktisch, das sind die dritte von unten, das Pärchen und das allererste PIN-Pärchen. Also es muss genau so ausschauen und dann funktioniert es für den Alpine, aber in der Anleitung von dem CAN-Bus Adapter steht auch drin, wie die anschließend gesetzt werden müssen, wenn es ein anderes Autoradio wäre. Insofern habe ich das jetzt schon so weit fertig, dass wir den Lenkradfernbedienungsanschluss nur noch am Autoradio anstecken müssen. Am Anschlussstecker vom Autoradio nervt uns gerade ein bisschen dieses lange orangene Kabel. Das wäre nur, wenn ihr eine Rückfahrkamera anschließt, das ist nämlich der Reverseingang, das heißt hier müsste man gegebenenfalls den Rückwärtsgang anschalten. Den können wir aber ganz wegnehmen, wir machen jetzt in dem Fall keine Kamera rein und somit tun wir das Kabel ein bisschen auf die Seite binden, damit uns das schon gar nicht mehr nervt und schon schaut das alles recht übersichtlich aus. Jetzt bleibt noch übrig, das rote mit dem roten Kabel zu verbinden, im Lieferumfang bei der Auslieferung ist es noch nicht verbunden, aber die steckt ihr einfach zusammen, das ist für Zündungsplus und Dauerplus. Das lassen wir einfach so und jetzt kommt ein nicht ganz unwichtiger Hinweis, weil wir haben jetzt hier ein gelb-blaues Kabel, das nennt sich Parking Brake. Und damit werden gewisse Funktionen vom Autoradio nur freigegeben, wenn ihr das auf Masse legt bzw. wenn die Handbremse gezogen ist. Aber wer macht das schon, ihr wollt das Gerät bedienen, wir machen das in dem Fall so, würde ich es für mich machen. Ich nehme das, kürze das und löte das direkt hier auf Masse mit drauf und isoliere das, damit ist das Kabel immer auf Masse und das Radio kann ich dann immer voll bedienen. Das einzige, was jetzt noch unangesteckt übrig bleibt, ist das blau-weiße Kabel, das nennt sich Remote und das brauchen wir nachher gleich für unseren Antennensplitter. Jetzt können wir noch den Kanbus mit dem Anschlussadapter verbinden, was Lautsprecher betrifft und den anderen Anschluss für die Stromversorgung. So und jetzt haben wir einen kompletten Kabelstrang, der vom Fahrzeug ins Autoradio geht und das ist noch der Anschluss für unsere Lenkradfernbedienung. Und damit das vielleicht ein bisschen schöner ausschaut, können wir das mit einem Isolierband ein bisschen zusammenpacken und dann wird das ein richtig schöner Kabelbaum. Den Fahrzeugkabelbaum und den unsrigen Kabelbaum, den können wir jetzt zusammenstecken, machen mal alles hier hinten rein, da ist nämlich wirklich Platz genug, vor allem mit unserem Autoradio. So und jetzt brauchen wir noch den Anschluss für unseren Splitter für die Antenne und da erzähle ich euch noch was dazu. In unserem Einbauset für ein Doppel-DIN Autoradio mit DAB haben wir natürlich für den Transit auch die entsprechende Vorbereitung, damit ihr keine neue DAB Antenne installieren müsst und trotzdem DAB über die alte UKW Antenne empfangen könnt. Und dafür gibt es solche Splitter und den können wir jetzt hier auf unserem alten Antennenkabel und da habe ich jetzt gerade schon mal was rausgenommen gehabt. Das schaut nämlich eigentlich so aus, wenn ihr den aus dem alten Autoradio raus macht und da würde unser neuer Stecker von dem Splitter so nicht passen. Ihr müsst mit diesem Teil hier, das da, die kleine Nase, müsst ihr ein bisschen auf die Seite nehmen und mit was scharfen oder mit dem Fingernagel hier unten rein und diesen Einsatz rausziehen. So, das Ding muss raus und jetzt passt auch unser Anschluss, unser FAKRA-Anschluss von unserem Splitter hier auf die originale Antenne drauf. und wir haben jetzt einen Anschluss für DAB, einen für UKW und das ist jetzt die Elektronik, die hier arbeitet hier drin, die müssen wir noch auf unseren Remote von unserem Autoradio draufstecken. Dafür haben wir ja das Kabel schon freilassen, das ist alles hier per Plug and Play zu machen und jetzt haben wir elektrisch alles was wir brauchen. Das einzige was wir jetzt noch schauen müssen, dass unsere Kabel schön hier hinten rum nach hinten rein gehen und von hinten an steckbar sind und das war es dann eigentlich. Weil jetzt müssen wir noch unsere Radioblende entsprechend vorbereiten, die wir hier später über alles drüber stülpen. Es spricht jetzt auch gar nichts dagegen, alles gleich direkt an zum stecken, hier unser Hauptanschlussstecker, dann haben wir unseren UKW-Anschluss, dann haben wir einen DAB-Anschluss, der ist hier. Dann haben wir unseren Anschluss für die Lenkradfernbedienung aus unserem CAN-Bus raus, das ist der hier. So, was darf man noch nicht vergessen, wir haben das Mikrofon für die Bluetooth-Freisprechanlage und jetzt brauchen wir noch unser USB-Kabel und das USB-Kabel können wir auch direkt hier oben mit anstecken. Wenn ihr an das Alpine Autoradio eine Endstufe anschließen möchtet, entweder für einen Aktiv-Subwoofer oder für eine andere Endstufe, die eure Frontlautsprecher betreibt, braucht ihr noch den Anschluss, der auch beim Autoradio mit dabei liegt. Hier sind nämlich die ganzen Cinch-Anschlüsse dran, die ihr jetzt zum Beispiel wie hier Subwoofer, den brauchen wir und müssen mit einer Cinch-Leitung jetzt entsprechend das Kabel bis zum Subwoofer legen, das können wir hier anstecken. Jetzt können wir ganz vorsichtig alle Kabel nach hinten drin verstauen und das Autoradio mit vier Schrauben an der Seite mal fixieren. Genau einstellen machen wir es dann, wenn wir unsere Abdeckblende rein machen. In der original Autoradio-Blende sind Lüftungsstächte und auch die Schalter, die wir jetzt umbauen müssen, hier rein. Das heißt, wir machen von hinten an jedem Lüftungsschacht sind zwei Torxschrauben dran, die machen wir weg. Und hier an der Seite sind jetzt so kleine Verriegelungsklips, die müssen wir jetzt alle einmal lösen und dann rausziehen. Ihr seht das gleich. So ein bisschen Gegendruck machen. Jetzt sind die schon entriegelt hier. So und da haben wir sie in der Hand und genau den machen wir da wieder rein. Das ist ja alles dafür schon vorgesehen und das rein machen geht noch leichter, hier müssen wir es nämlich nur reinklippen in die kleinen Führungen hier und das ist schon alles drin und die Schrauben wieder rein machen. Das rechts wie links, dann haben wir die Lüftungsschächte schon umbaut. Jetzt müssen wir unsere Schalter hier auch noch hier rausklippen und in die neue Fassung mit rein machen. Das ist an für sich überhaupt kein Problem. Hier vorne die Clips lösen und nach vorne rausnehmen. Einmal, zweimal. Wer an der Stelle irgendwas fest Integriertes hat, das er nicht weg machen kann, es gibt bei uns im Zubehör auch diesen Schalter neu, den heißt ihr könnt ihn trotzdem nachbestellen und entsprechend auswechseln. Aber in den meisten wird es wahrscheinlich so der Fall sein, dass wir den nehmen können und direkt hier wieder einklippen können. Und wer dieses Teil hier nicht drin hat, könnte das mit dieser Blindniete, die ebenfalls bei der Blende dabei liegt, mit rein machen. Aber wir haben das ja alles schließlich, also rein damit. Es gibt ja auch Leute, die machen einfach so eine kürze Antenne dran, erstens damit es vielleicht besser ausschaut, zweitens wegen Tiefgarage, wie auch immer. Aber man braucht sich nicht wundern, wenn der UKW Empfang hundsmiserabel ist, wenn man so eine Antenne dran hat. Das hier ist nicht die original Antenne, ihr braucht für einen guten UKW Empfang und für den DAB Empfang natürlich eine ordentliche Antenne und das ist auch die original Antenne. So muss die ausschauen, wer sowas nicht mehr hat, sondern nur noch irgend so ein Stummel, sowas haben wir natürlich auch im Sortiment. Bevor wir jetzt alles anstecken, müssen wir jetzt erstmal schauen, ob das von der Tiefe her und von allem hier überhaupt jetzt richtig passt. Weil wir haben jetzt noch die Möglichkeit entsprechend den Bildschirm auf die Position der Blende anzupassen. Aber ich habe es jetzt mal so rein, jetzt können wir ja mal gucken, alter das passt ja schon auf Anhieb. Schau mal her, tada, das ist ringsherum schon angeklippt und da müssen wir es noch anschrauben. Wir sind jetzt schon plan und könnten das so lassen. Wir können ja jetzt auch mal die Schutzfolie schon wegnehmen. und jetzt schaut das doch schon richtig schick aus. Jetzt brauchen wir ja nur noch die zwei Schrauben hier rein machen und das ganze Konstrukt von oben wieder drauf machen und dann sind wir auch fertig. Aber davor müssen wir es noch mal raus machen, weil wir müssen ja schließlich alles anstecken. Ich habe jetzt das Radio hier bei den hinteren Schrauben so drin, dass es wirklich auf Anschlag draußen ist und dann war das schon optimal. Also für euch als Tipp, ansonsten könnt ihr das mit den Längslöchern natürlich auch entsprechend anstellen und verstellen und anpassen. Anstecken, anstecken und jetzt richtig fixieren und einstecken. Abschlussdeckel wieder drauf ansetzen und reinklicken, das war es. Zündung an und starten wir mal das Radio und das muss jetzt mit Zündung automatisch an und natürlich auch wieder ausgehen. Und jetzt fahren wir mal die Kiste richtig hoch. So, unser Handy haben wir auch schon bereits mit dem USB verbunden und haben das ganze zusammen konnektiert und per Bluetooth verbunden. Und jetzt sind wir auch gleich bei Apple CarPlay. Hier habt ihr natürlich alles, was auf eurem Handy so wichtiges drauf ist. Das könnt ihr von hier aus bedienen, wir können hier natürlich auch navigieren, wie ihr das vom Handy kennt. Das ist jetzt alles über unser Autoradio und wir können natürlich auf Alpine zurückschalten und da haben wir natürlich jetzt auch unser Telefon. wir haben DAB Plus, wir haben normales Radio, wir können hier unseren USB ansteuern und können ganz viele Sachen auch natürlich in den Soundeinstellungen verändern, wie wir das möchten. Also hier ist alles dabei, um einen perfekten Sound im Auto zu gewährleisten. Weil zum Thema Sound ist es nämlich so, dass euer originales Ford Radio, das hat überhaupt keinen Dampf auf der Brust und du kannst aufdrehen, das klingt alles nur furchtbar. Und jetzt mit unserem Autoradio von Alpine haben wir schon grundsätzlich hier aus dem Autoradio mehr Power drauf und jetzt können wir auch richtig aufdrehen. Da geht auch was ganz anderes wie vorher. Also allein mit dem Sound schon ist es eigentlich ganz wichtig das Autoradio zu wechseln und dass wir jetzt noch diese ganzen Medien drin haben, wie Apple CarPlay und Co. Also alles Digitale was es gerade so gibt haben wir jetzt im Auto drin und können es auch super cool bedienen. Ich finde auch das schaut jetzt richtig hochwertig und geil aus, auch wenn es beim Einbau tatsächlich etwas anspruchsvoller zugeht. Also ihr kennt ja die anderen Videos wo wir so oft machen, da es war bisher noch nie so umfangreich mit dem Wegschneiden von dem Kunststoff und so weiter. Aber es lässt sich einfach nicht anders bewerkstelligen als das so zu machen. Also jeder der sich das zutraut, ich hoffe wir haben hier eine jetzt für euch tolle Lösung erarbeitet und gezeigt. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, seid so gut und ruft uns an, wir werden auch versuchen alles mögliche an Problemen zu lösen. Ansonsten würde ich sagen schauen wir mal wie es hier weiter geht mit unserem Ford Transit mit dem Sound, weil wir machen hier noch andere Lautsprecher rein. Also bleibt dran und ich freue mich wenn es weiter geht mit dem Ford Transit und ihr seid wieder dabei. Bis bald euer Olli.